Junge! Bist du behindert? Geh nach Jerusalem und hör deinen fucking Animes und Händen zu schauen, Alter! Gibt's bei dir noch? Wie den Kosei und keine Weeps, Alter! Komm, nimm deine Axt, deine Shirt oder dein Katana, wir scheißegal, aber geh nach Jerusalem, dann klatsch dich, du einen Jörg! Hörst du mir standen? Alter, Alter, komm ich unter dir hin, keine Luft. Meine Familie muss auch denken, ich bin Männer, wenn ich oben schaue, dann sage ich nur Joghurt oder mir, ne? Hallo, ja.